Also ich muss sagen, Bubi hat ohne Zögerung sofort ins deutsche Tor getroffen und das gleich ein paar mal hintereinander. Bubi ist wirklich ein Fußballstar. Beim letzten Spiel Deutschland gegen Schottland hat Bubi haargenau geschossen und vorausgesagt. Also kann es wohl diesmal nicht anders sein. Deutschland gewinne. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.